Hi Leute, ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Video auf meinem Kanal Little Confused Brain. Wir haben heute ein etwas anderes Video, wie ihr an dem Titel schon sehen könnt. Und zwar habe ich mir gedacht, jetzt wo die Nintendo E3 zu Ende ist, oder ehrlich gesagt die ganze E3, sehr gut Yannick, dachte ich mir, weil ich von der Nintendo E3 Pressekonferenz so sehr fasziniert war, dass wir uns zusammen einfach mal den Trailer von Super Mario Odyssey angucken und uns einfach mal so ein bisschen angucken, was uns dieser Trailer denn alles Schönes zeigt und Schönes sagt zu Super Mario Odyssey. Denn dieser Trailer bietet doch ein bisschen mehr, als man in diesen 2 Minuten 32 eventuell vermögen mag, was da drin alles so passiert. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen sagen, was mir aufgefallen ist. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was euch aufgefallen ist. Und ich würde sagen, schauen wir doch mal in den Trailer rein, oder? Auf geht's. Zuallererst das Spiel ist von der Nintendo Switch. Kleiner Spaß am Rande, kleiner Spiel. Wir gucken uns das jetzt schön in Ruhe an. Keine Sorge. Also. Erstmal sind wir in einem großen Nature Environment, wenn man so möchte. Man hat ja sowieso schon durch viele Trailer gesehen, dass es in diesem Spiel verschiedenste Umgebungen gibt, in denen wir uns am Ende bewegen werden. Mal hier so ein bisschen lauter. Auch eins der größten Dinge, wo alle gleich ausgeflippt sind bei der E3. Dieser Dino, das sind wir. Und wir können diesen Dino steuern. Wie heftig ist das bitte? Ein Dino, Alter. Ein... Dude! Okay. Denn ihr wisst ja wahrscheinlich auch schon durch andere Trailer, dass diese Kappe von Mario verzaubert wurde. Und dadurch, durch diese Kappe, kann Mario in verschiedenste Umgebungen, in verschiedenste Gegnertypen reinspringen und diese steuern. Da er jetzt als Geist in diese Gegner reinschwirren kann. Und eben auch bei diesem schönen T-Rex. Und da sind wir auch schon draußen. Hier zuallererst fällt eine Sache direkt auf. Da müsste man jetzt eventuell sehr, sehr stark reinzoomen. Aber es wurde auch im Treehouse gesagt. Und auch sonst hat man das herausgefunden. Zum einen ist es das New Donk City Festival. Was so viel bedeutet wie, das ist diese eine Stadt, wo man durchgehen kann. Das ist so ein bisschen an New York angelehnt. New Donk heißt sie. Und diese junge Dame, die da vorne am Singen ist. Das sieht man auch später nochmal ein wenig am Ende des Trailers. Diese junge Dame ist Pauline. Jetzt werden sich viele wahrscheinlich denken, wer ist Pauline? Wer zum Teuf... Wen juckt... Wer ist Pauline? Schwester von Laura? Wer ist Laura? Pauline ist die allererste Ex-Freundin sozusagen von Mario. Im allerersten Arcade-Game von... Wo man hochspringen musste zu Donkey Kong. Da war Pauline die, die halt gefangen genommen wurde von Donkey Kong. Und Nintendo dachte sich, gerade bei diesem Spiel als Bürgermeisterin soll Pauline hier zurückkehren. Und was sich da alles so auftun wird. Ob Mario sie wiedererkennt. Ob sie sich irgendwie wieder verwurschteln zusammen. Man weiß es nicht. Wir werden uns angucken, wie die Reaktion von Mario auf Pauline sein wird. Da bin ich sehr gespannt. Aber das ist auf jeden Fall Pauline. Ich war sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Weil Pauline jetzt halt wirklich über mehrere Jahrzehnte geradezu ja einfach verschwunden war. Und jetzt ist sie wieder da. Als Bürgermeisterin. Hier noch eine andere Sache, die direkt auffällt. Ich kann hier so schnell durchgehen. Das ist grandios. Zum einen, es wurde auch schon von den Gaming-Clerks gesagt. Schöne Grüße an euch da draußen. Euren Trailer habe ich auch gesehen. Da dachte ich mir, ich muss auch unbedingt sowas machen. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Zum einen, was die Gaming-Clerks auch gesagt haben. Wir haben hier ein Transportmittel. Was so viel bedeutet, wie es gibt wohl in den verschiedenen Welten verschiedene Transportmittel. In New Donk City macht es Sinn, dass wir hier vielleicht mit einem Auto oder einem Roller fahren. In dem Fall war es hier der Roller. Und wenn wir hier so ein bisschen weiter voraus gehen. Dann sehen wir links neben Mario. Zum einen, dass es ein Fragezeichen-Block ist, diese Ampel, wo man rüber gehen kann. Finde ich ein sehr schönes Detail. Und auch zur anderen Sache, dass direkt da drunter Diddy's March steht. In der Dixie Street. Was ich sehr cool finde. Denn das ist natürlich angelehnt an Diddy Kong und Dixie Kong. Die beiden Geschwister, die von Donkey Kong, sag ich mal, her stammen. Genau, das sind so die ersten Sachen, die mir aufgefallen sind. Alleine in diesen kleinen ersten 35 Sekunden. Jetzt muss ich gerade selber nochmal so ein bisschen gucken. So, hier sieht man zum Beispiel noch eine andere Welt, die ich meiner Meinung nach sehr, sehr cool aussieht. Ich finde, die Welt sieht so ein bisschen monochrommäßig aus. Und gerade Mario sticht in dieser Welt total cool heraus. Weil ja alles so schwarz-weiß angeleuchtet vom Mond dort oben ist. Und Mario eben mit seinem roten Mützchen und mit seinem blauen Mann sehr auffällt. Noch eine andere Sache, die hier jetzt auch direkt auffällt. Zwei Sachen sogar. Und zwar sind es das eine Wüstenwelt, wo man auch schon den Bosskampf davon kennt. Dazu aber eventuell in einem anderen Video mehr. Ja, falls ihr noch mehr hiervon sehen wollt, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben dalassen. Das ist, wie gesagt, erstmal der erste Trailer, um zu sehen, ob ihr überhaupt Bock drauf habt. Hier seht ihr den Mario in einem Sombrero-Samba-Mamba-Outfit, wenn man so möchte. Und das sind zwei recht coole Sachen. Denn zum einen sind diese Kleidung, die man im Laufe des Spiels freischalten kann. Das ist nämlich nicht nur dieses Outfit. Es gibt sehr, sehr viele Outfits, die man bei einem Händler kaufen kann. Die sind auch sehr wichtig für den Spielverlauf. Was ich persönlich sehr cool finde. Ihr erinnert euch vielleicht an mein Zelda-Let's Play. Da sind wir auch manchmal zu heißen Vulkanen gegangen oder zu kalten Orten. Und da mussten wir uns auch umziehen. Und so wird es bei Super Mario Odyssey auch sein. Denn wenn man sich hier jetzt anders kleidet, kann man eben auch zu anderen Regionen gehen. Kann man andere Rätsel lösen, wofür man eben genau diese Ausrüstung braucht. Zum Beispiel macht es hier jetzt ja zum Beispiel so, wenn man in der Wüste ist, mit einem Sombrero-Outfit. Was man da genau aber mit dem Outfit machen kann, das weiß man noch nicht. Man weiß allerdings, dass diese Outfits eben einen Impact darauf haben, wie ihr in der Welt euch agieren könnt, wie ihr interagieren könnt und so weiter und so fort. Genau. Zum Zweiten der Song, der im Hintergrund kommt. One-Up-Girl ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe einen Ohrwurm seit der E3. Das ist übrigens das Level, was wir ganz am Anfang gesehen haben, wo man am Ende den T-Rex erwachen kann. Wo wir in den T-Rex schlüpfen können mit unserer Kappe. Auch sehr cool. Und noch ein kleiner Recap zu dem Outfit von eben. Das werden wir, glaube ich, in dem Trailer später auch noch sehen. Diese ganzen Outfits, die man in diesem Spiel sammeln kann, sind alles, alles, alles Bag-References zu alten Spielen. Das hat auch einen Twitter-User schön zusammengefasst. Super, super cool. Da gab es ein Schiedsrichter-Outfit. Da gab es eben dieses Sombrero-Outfit. Da gibt es ein Koch-Outfit. Das kommt alles aus alten Super-Mario-Spielen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich bin super gehypt, das alles zu sehen. Und ich muss zugeben, der Vogel, und das fällt mir jetzt gerade erst auf, sieht ein bisschen aus wie der Vogel von Bastion. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein stumpfer Papagei. Aber er erinnert mich daran. Da sieht man jetzt auch natürlich auch noch den großen Plot, wo wir hier jetzt gerade schön mal direkt halten. Denn der Plot von dem Super-Mario-Odyssey ist eben, dass der liebe Bowser, den ihr hier ja seht, mit seinem wundervollen Jackett in weiß und Peach in der Hand, möchte Peach heiraten. Er hat sie nicht nur entführt, weil er sie entführen wollte, wie er es in sonst allen Super-Mario-Teilen tut, sondern er möchte sie wirklich in diesem Spiel heiraten. Deswegen hat er auch schon sein Jackett an und wir werden später auch noch Peach in ihrem wundervollen Braut-Outfit sehen. Da sieht man auch noch mal einmal den Geist in der Mütze. Upsala. Das ist zum Beispiel auch noch ein anderes Outfit, was ich jetzt ja gerade gesagt habe. Das ist so ein bisschen so ein American-Style-Outfit, möchte ich sagen. Gab es auch schon in anderen Spielen. Kennt man daher auch schon. So ein kleines Baseball-Outfit, wenn man so will. Hier auch noch eine andere Sache, die man hier jetzt nicht sieht, die allerdings auch schon im Treehouse-Trailer gesagt wurden. Man kann diese Mütze, die man hier schmeißt, hat man jetzt ja gesehen, er hat sie mehrmals öfter gegen die Kiste geschmissen. Man weiß schon bei der Steuerung, wenn man den Y-Knopf länger gedrückt hält, dann schwebt die Mütze an diesem Ort, was es einfacher macht, um auf die Mütze draufzuspringen. Das kann man nämlich, das ist ein cooler Move. Und man kann einfacher Kisten kaputt machen, weil der dann einfach an diesem Ort bleibt und alles, was runterfällt, wird quasi zerschreddert. Das ist sehr cool. Sieht man jetzt leider nicht hier im Trailer, aber wurde zum Beispiel auch schon gesagt. Auch sehr cool. Ich weiß, ich pausier die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr findet es nicht schrecklich, aber ich find's einfach cool, wie viel so ein kleiner Game-Trailer uns einfach schon zeigt von diesem genialen Spiel. Was sehr, sehr cool ist bei diesem Anblick hier, ist, das erinnert sehr an Zelda A Link Between Worlds, wo man zwischen der 2D- und 3D-Welt switchen kann. Hier sieht man, dass man halt unten durch die Röhre, das sieht man jetzt hier gerade ganz unten, hier, wenn man da in die Röhre reingeht, kommt man hier oben als 2D-Mario wieder raus und muss dann hier einmal um den Turm in 2D hochjuckeln, was ich sehr, sehr cool finde. Und was halt auch eben vom Grafikstil total genial ist, weil das halt wirklich genau aussieht wie so ein 8-Bit-Mario. Sehr, sehr schön aufgenommen. Auch noch eine andere Sache, die man hier jetzt gesehen hat, wenn man denen die Mütze wirft, das ist auch abhängig von dem Joy-Con, denn der Joy-Con ist ja, die Bewegungssteuerung ist ja auch ein wichtiges Mittel von der Nintendo Switch. Je nachdem, in welchem Winkel man den Joy-Con hält, während man eben Y drückt und die Mütze weg wirft, dreht sich die Mütze auch dabei. Also man kann die nicht nur gerade werfen, man kann die auch so werfen, man kann die auch so werfen, man kann die werfen, wie man möchte. Das sieht man hier jetzt auch nochmal. Hier wirft ihr die jetzt so ein bisschen schräg hoch. Ist natürlich jetzt nur so ein Gameplay-Ding, dass man sehen soll, hey, die Mütze kommt auf dich zugeflogen, aber man kann es eben auch wirklich in der Steuerung später steuern. Und das ist sowieso das größte Highlight. Man kann einen Frosch steuern. Freunde, es ist Slippy. Es ist Slippy. Ich liebe Frösche, muss ich zugeben. Slippy ist der Wahnsinn. Und hier sieht man jetzt eben auch diese kleinen Transformationen, die einem nochmal zeigen soll. Die Mütze transformiert und transportiert dich in ein anderes Objekt. Das sieht man jetzt hier jetzt sehr schön, weil wir eben hineinspringen. Und jetzt halt eben mit dem Schnurrbart nochmal visualisiert, sind wir wirklich in dem Frosch drin. Gerade das sollte nochmal so eine kleine Metamorphose sein, wie wir durch die Zellen schwirren und jetzt halt letztendlich in dem Frosch sind und auch seine ganzen Fähigkeiten haben. Denn das ist ja das Interessante an Super Mario Odyssey. Du kannst überall ranspringen, kannst alles Mögliche irgendwie anklatschen mit deiner Mütze und bekommst halt auch die ganzen Fähigkeiten davon, was natürlich eine riesige, riesige Breite, ein riesiges, riesiges, breit gefächertes Fähigkeiten-Spektrum für dich liefert, weil du einfach alles, sag ich mal, zu dir selbst machen kannst. Sehr, sehr coole Gameplay-Mechanik. Ein Goomba können wir jetzt auch neuerdings sein. Auch der absolute Wahnsinn. Wer von euch wollte noch kein Goomba sein? Mit einem Schnurr, ich sehe gerade, dass ich da... Die Mütze sieht in diesem Bild total gechillt aus und der Goomba guckt so richtig so... Oh ja, oh, das ist gut. Wunderschön. Was man hier jetzt auch, kurzen Moment, hier sehr, sehr gut dran sieht, was ich sehr cool finde, ist, sobald man sich allerdings in dieses Gegner-Modul verwandelt, heißt es immer noch nicht, dass man dann auch quasi befreundet ist mit den anderen Gegner-Modulen von der gleichen Art. Das sieht man hier sehr schön, weil vielleicht hätte man ja auf den Gedanken kommen können, hey, wenn ich ein Koopa bin, dann sind alle Koopas jetzt cool zu mir. Mag bei Koopas vielleicht sogar sein oder bei Goombas, da weiß ich, dass man die zum Beispiel stapeln kann. Aber hier sieht man, wenn man eine Kanone ist, dass die Kanone, die andere, trotzdem noch auf dich lenkt. Sonst wäre sie ja einfach straight durchgegangen. Aber sie lenkt trotzdem auf dich, möchte dich also noch treffen. Dementsprechend, die Kugelwillis sind nicht cool mit dir, wenn du einfach ein Kugelwilli bist. Denk dran, es könnte dir den Arsch reiben. Wie ihr seht, man kann sich hier wirklich in alles Mögliche verwandeln. Von irgendwelchen Robotern zu Elektro, zu einem Fisch. Und das ist halt auch das, was sie selber in den Treehouse gesagt haben. Die Entwickler, also Nintendo von dem Spiel, möchte einfach, dass man selber sich quasi einfach wiederfindet und alles Mögliche mit seiner Kappa abwirft. Man möchte, oder Nintendo wollte einfach, dass man selber, sag ich mal, die Freiheit hat, alles in dieser Welt zu sein. Und dass du selber das Gefühl bekommst, ich kann wirklich alles anschmeißen und ich möchte auch alles anschmeißen, um zu gucken, ob ich das werden kann. Ob ich dadurch neue Fähigkeiten bekomme und so weiter und so fort. Was es halt auch sehr interessant macht, diese kleine Open World, die man in diesen Leveln dann halt eben hat. Weil man jetzt nicht mehr festgelegt ist auf, ich muss zu diesem Block gehen, um das zu bekommen, diese Fähigkeit. Sondern man kann jetzt wirklich überall, da kann ich das werden. Mit dem könnte ich da nochmal hingehen, da könnte ich da hingehen. Man hat überall alle Fähigkeiten rumliegen und muss selber kreativ werden, um eben zu seiner Lösung zu kommen. Sehr, sehr cool gemacht. Hier sieht man auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es auch an dem Outfit liegt, ob wir das zum Beispiel brauchen, um hier diese Quest zu lösen, um mit ihm ein Liedchen zu spielen, um einen Mond, dazu kommen wir gleich noch, um einen Mond zu gewinnen. Kann zum Beispiel sein, dass man das ohne das Sombrero-Outfit gar nicht könnte. Dass man dann gar keine Ukulele hat, dass man gar nicht mit dem zusammen spielen kann. Wäre zum Beispiel eine Überlegung, was dieses Kostüm genau für Fähigkeiten mit sich bringt. Hier sieht man zum Beispiel jetzt auch nochmal einmal Peach in ihrem wundervollen Braut-Outfit. Was sehr, sehr gruselig an der ganzen Sache ist, das hat schon jemand auf Reddit mal geschrieben, dass das Outfit von Peach maßgeschneidert ist. Was so viel bedeutet wie, die mussten die Maße wissen von ihr und wenn Peach sie nicht rausgegeben hat, muss Bowser irgendwie an dieser Maße gekommen sein. Lassen wir es einfach mal nebenan stehen. Sie hat auf jeden Fall ein wunderschönes, maßgeschneidertes, weißes Braut-Outfit. Weiter geht's. Das hier ist zum Beispiel ein kleiner Bossfight, den man sieht. Der ist in der Wüstenwelt entstanden und wer die da hinten ist, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich glaube, das wurde auch im Treehouse gesagt, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall gibt es mehrere Häschen, wenn man so möchte, die eben auch Schergen sind, die man bezwingen muss. Hier ist das zum Beispiel ein Bossfight in der Wüstenwelt eben. Wir haben auch unser Bräutigam-Outfit an. Ich weiß nicht ganz genau, was man mit dem vielleicht besser machen kann. Aber hier ist ein kleiner Bossfight. Ihr seht, dass sie mit ihrer Keule schwingt. Dementsprechend habe ich auch schon in einem Video gesehen, dass man diese Keule zurückschleudern muss und dann auf sie draufspringen kann. Also so eine typische Bossmechanik. Erinnert mich meiner Meinung nach auch sehr an Super Mario Galaxy. So ein bisschen so von den ganzen Welten, Sprüngen und wie man die Bosse bezwingt, erinnert mich doch schon so ein bisschen an Super Mario Galaxy. Und ich persönlich habe Super Mario Galaxy geliebt. Dementsprechend, eventuell werde ich dieses Spiel auch lieben. Ich werde also sehr sicher, sehr, sehr, sehr lieben. Und hier kommen wir auch schon zu einem Available October 27 übrigens. Am 27. Oktober gibt es das. Bei mir gibt es natürlich das Let's Play auch sofort ab diesem Tag. Könnt ihr euch jetzt schon mal im Kalender eintragen. Hier seht ihr jetzt auch schon diese Monde. Das sind quasi unsere Sterne, wenn man so möchte, die man in diesem Mario-Level oder in diesem Mario-Spiel sammelt. Erinnert sich an Super Mario World. Da kommen die nämlich auch her. Und man kann auch, soweit ich das gesehen habe, bei einem Bossfight gewinnt man manchmal einen Megastern, einen Megamond. Das sind drei Monde, die zusammen in so einem kleinen Bündel gefasst sind. Denn sonst schafft man bei einer Aufgabe, die man löst, bei einer typischen Mission bekommt man immer einen Mond. Und diese Monde sind eben dafür da. Ihr seht schon, wir sind hier gerade auf unserem Raumschiff. Das ist auch aufgebaut wie so eine Mütze. Die kommen hier oben in diesen Reaktor. Und mit diesem Reaktor können wir dann eben weitergehen zu weiteren Welten, weiteren Errungenschaften, weiteren Naturen. Das hier sind zum Beispiel, ihr seht ja auch, die Crazy Cap. Die verkaufen die ganzen Outfits. Ihr seht zum Beispiel, wir sind hier einmal so ein Indiana Jones, dann ein Koch, dann ein Schwimmer, ein Football Man. Das meinte ich eben schon, dass man, wenn man ein Goomba ist, sich auf den anderen Goombas stapeln kann, was ich super niedlich finde. Ein Kettenhund können wir werden. Aber ihr seht auch schon, wenn wir angegriffen werden, fliegen wir aus der Transformation wieder raus. Dementsprechend denkt nochmal zurück an den Kugel, Willi. Wenn ihr da getroffen werdet, kann es sehr wohl möglich sein, wie hier bei den Kettenhunden, dass sie halt auch herausfliegt aus der Transformation. Man kann sogar ein Taxi sein. Ich meine, eure Kreativität ist freien Lauf gelassen, wie ich sagte. Man kann auch hier so ein Steinmensch sein. Die haben zum Beispiel auch diese coole Fähigkeit, dass sie so eine pinke Brille haben. Mit der Brille sehen sie unsichtbare Wege. Ihr könnt als normaler Mario auf diesen Wegen laufen, aber müsst natürlich erst mit dieser Brille sehen, wo die Wege überhaupt sind. Dann können wir uns auch zum Beispiel festhalten an so einem komischen Sprungpfosten, einem typischen Pfosten aus der Welt. Der schleudert uns irgendwo hin. Wir können auch ein Mensch werden. Der Mensch hat zum Beispiel gerade, wie man hier sieht, die Steuerung, dass wir dieses kleine Auto da lenken können. Und dann ist das wahrscheinlich, denke ich, mal eine Aufgabe, mit dem Auto da in Slalom zu fahren. Wir können sogar ein Panzer werden. Müssen damit Leute bezwingen. Und letztendlich können wir auch ein T-Rex werden. Hier sieht man auch noch mal von hinten sehr, sehr schön. Das hat man auch von den Smash-Trophäen zum Beispiel, sieht man sie in 3D. Und es gibt auch noch ein anderes Bild in 3D. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war. Ich glaube auch in irgendeinem Arcade-Spiel. Auf jeden Fall, hier kann man sehr gut erkennen, dass das Pauline ist aus den alten Spielen. Sie ist die Bürgermeisterin, singt hier ein schönes Lied am Festival. Und damit finden wir uns wieder am Anfang quasi beim Festival Super Mario Odyssey 2017 Nintendo. Am 27.10. 2017 erscheinst. Und das hier soll mein kleines Recap gewesen sein von dem kleinen E3-Trailer, der rauskam von Nintendo. Unfassbar schöne Pressekonferenz, wie gesagt. Das sind so die kleinen Dinge, die mir aufgefallen sind. Man kann bestimmt noch sehr viel mehr in die Tiefe gehen, wenn man sich jetzt nochmal zum Beispiel die ganzen Treehouse zusammen angucken würde. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn ich so ein bisschen über die Trailer ein bisschen philosophiere, ein bisschen in-depth-Analysis reingehe. Ich weiß, man kann es bestimmt noch viel besser machen. War jetzt, wie gesagt, mein erster Versuch mal daran, weil ich das sehr interessant fand und euch unbedingt mal meine Meinung zu dem Trailer sagen wollte, weil ich zu der E3 noch gar kein Wort verloren habe. Falls ihr noch mehr zu der E3 sehen wollt, was ich so cool finde, meine besten Vorschläge, was in der nächsten Zeit rauskommt, was ich mag, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann machen wir das auch. Oder mit einem Daumen nach oben zeigen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich bin Lille Kopfes Brain, unglaublich geil für Super Mario Odyssey. Wir sehen uns hoffentlich am 27.10. hier auf dem Kanal zum ersten Part. Und bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kapurr. Kapurr.